Was, mich? Ich will dir mal was erklären, Bruder. Damit dir klar ist, wie es mit uns beiden jetzt weitergeht. Ich gehe jetzt nach Hause. Dann brate ich mir ein Steak und hab Spaß mit der Alten. Danach gehe ich in den Whirlpool. Und vergesse alles, was heute passiert ist. Doch du, mein Freund, du bekommst eine Kugel in den Schädel und wirst verscharrt. Na, wie hört sich das an? Huh? Was soll das? Drei 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 Drei